Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Firewatch. Ja, wir sind jetzt letztens hier eingebrochen. Und ja, wir müssen uns jetzt hier ein bisschen umsehen. Es wird schon dämmrig. In White Teepee Station heißt dieses Gebiet. Und ich habe ein bisschen Angst. Warum? Moment, warum muss ich da springen? Das ist... Warum muss ich da springen? Ja, machen wir mal. Oi! War so weit gesprungen. Darum kann man da nicht einfach Bretter drüber legen. Ich habe Angst. Ich habe Angst und Bedenken, weil das ist ein abgesperrtes Gebiet. Und ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass wir hier rumlaufen. Vor allem zu später Stunde. Ich habe eine Taschenlampe, die könnte ich einschalten. Ja gut, ist noch nicht notwendig. Wo kommen wir jetzt hier hin? Vielleicht hier? Notwendig? Ja gut, lassen wir erstmal. Wir müssen Batterien sparen. Was ist da hinten? Ah ja, da ist... Da hinten ist offensichtlich der andere Feuerwachturm. Okay. Vielleicht ist das Ganze auch nur ein riesengroßes Sozialexperiment. Und die wollen untersuchen, wie sich Leute in der totalen Isolation verhalten. Und zeichnen das mit auf und so irgendwie. Überwachungsturm. Okay, ich bin auf der Seite. Ich sehe nicht jemanden. Ich sehe nicht jemanden. Lucky für uns. Ja, lucky für uns. D, da ist ein sehr komplexes Wettbewerb. Wirkliche Sachen. Was meinst du? Ich spreche eine große, 20-ft-talle Transmission-Tower. Und sie können wahrscheinlich hören, wer die überhaupt wollen. Sie sind in dieser Valle, das macht es unmöglich für dich oder jemanden zu sehen. Oh ja. Oder ein kleiner Generator, ein Überwachungsturm. Gut, Windmesser und so. Wo hat der da Funktürme gesehen? Ach, da unten ist noch... Okay, ja, da ist irgendwas. Ich glaube wirklich, das ist irgend so ein Sozialexperiment oder sowas. Was ist das hier? Hä? Oder Ausgrabungen? Was soll das hier darstellen? Bodenraster. Da war ja was mit den Fahnen. Es wird Nacht. Piepen der Kasten. Und da gibt es all sorts of Contraptions and shit out here. Like what? Piepen und stuffy on metal legs. There are wires all over the place. Ich weiß nicht, ich bin... Ich bin nicht wirklich auf High-Tech. Ich weiß nicht, wie in der Hölle haben sie all diese Sachen hier rausgekommen? Die Armee-Kurse der Ingenieure haben unsere Töre rausgelegt, also... Denkst du, es war die Regierung? Ich habe keine Ahnung. Ich meine nur, es ist möglich. Ich meine, jedes Mal in einem Moment werde ich mich darauf achten, wer tief in dieser schwarzen Helikopter-Konspiratie-Schein. Vielleicht haben sie es hier in einer dieser. So, ein Zelt? Soll ich da jetzt einfach reingehen? Oh oh. Ah ja, Wellenempfänger. Heilige... Heilige Scheiße, Henry. Ja, Heilige Scheiße. Du wirst es nehmen, oder? Ja, natürlich. Okay, und wenn ein Ton ertönt, dann hat man die Quelle eines Signals gefunden. So. Ich bin in der Hauptstelle. Was ist es? Es ist definitiv eine Art Monitoringstation. Ich... 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 Nö, ich wollte eigentlich hier noch ein bisschen gucken. So. Äh, okay. Dieses Ding verliert seine Meinung. Sie ruft wie verrückt. Ich kann es hören. Was ist es nachher? Ich weiß nicht. Ich werde es nachher finden. Ja, ich möchte hier noch ein bisschen gucken, ne? Ich frage mich, wo sie sind. Alles, was sie hier sind. Findest du, was diese Sache macht und dann kommst du raus. Oh, Luftdruckmesser. Die haben auch Vorräte, okay. Ja. Ja. Ein Seismograph ist auch hier. Es gibt hier eine Box mit einem Dial. Es hat eine Niedel. Es hat eine Niedel. Es mäßt die Erinnerungen. Du meinst, wie ein Liedetektor? Ja. Ich stecke mich nicht um, um es zu erinnert. Ah, und eine Pinnwand. Oh. Okay. Scheiße. Ich habe hier ein Map, das confirmiert, dass sie meine... unsere... Menschenmöglichkeiten. Die Map hat all sorts of Paths und Areas gemerkt. Da ist ein weiteres Klemmbrett. Okay. So, da ist ein weiteres Klemmbrett. 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 Du und ich? Ja. Ich nehme das Klemmbrett mal mit und wir lesen es. Zielperson, Frequenz, Geschlechtssoziale Rolle. Zielperson 4022. Okay. Soziale Rolle, MO, häufiger Weggang aus Gebiet to Forks. PE, Vermeidungsverhalten, ältere Daten konsultieren. Nicht erwidern das Verlangen nach Beischlafkonflikt mit anderen männlichen Personen. Unverhältnismäßige Nahrungsaufnahme. Okay. Ja, keine Ahnung, was diese Abkürzungen bedeuten. Ich nehme das einfach mal mit. Ein Feldbett? Ja, wie kriege ich das jetzt wieder her? Wie kriege ich das jetzt wieder raus, das Ding? Ähm. Moment. Erdnussbutter. Yay! Komm, das machen wir noch. Wir machen noch ein bisschen Unordnung hier. Hui! So. Robuster Ledergurt zieht schwer aus mit Untertitel. Laterne, Pinnwand, Gerümpel. Oh! Oh! Eine schwarze Box. Oh! 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 Ich sehe gerade. Das sind wir! Die haben eine ganze Mappe von uns. Okay. Bist du mich schützt? Was? Was ist das? Hier ist eine Forderung von Daten. Was sagen sie? Es sind Anfassungen. Über die zwei von uns. Es gibt Dinge hier über Julia. Wie was? Dinge, die ich dir nicht erzähle. Was sagt sie über mich? Du sagst, es gab eine über mich. Und es sieht aus wie sie sind. Was ich machen? Was ich machen? Jesus! Henry! Du hörst mich? Siehst du und dein Freund sind noch zusammen. Was? Wir sind nicht. Sie sind mit uns. Ja. Okay. Sie sind. Wie sind sie denn? Wie ist das denn? Wie ist das denn? Wie ist das denn? Ich bin so sick von diesen Leuten zu tun. Wir sollten einfach nur die place zu tun. Oh! Nein! Wie ist das denn? Wie ist das? Ich glaube, das ist das, was wir wollen. Was soll das? Was heißt das? Vielleicht versuchen wir uns zu der Punkt, wo wir etwas verrückt machen. Der Grasse ist was hier wie hell. Es wird einiges Wasser hier hoch. Ich weiß jetzt, was wenn du recht bist. Ich denke, wir sollten uns nicht etwas tun. Ich weiß, dass wir nicht tun, was wir es nicht zu tun. Vielleicht wäre das nicht die beste Idee. Ja. Das ist definitiv nicht die beste Idee. Ah, du bist so verdammt! Okay, da ist wahrscheinlich irgendwas durchgestrichen. Übersicht Zielperson. Zielperson hat volle Aufmerksamkeit der Vorgesetzten gewonnen. Vertrauen noch wissenschaftlich nachzuweisen. Alles deutet auf volle Kooperation hin. Nachtrag. Zielperson könnte Kenntnis des Tests besitzen. Abbruch der Beobachtung angeraten, falls Zielperson Posten verlässt. Manipulierbarkeit 9? Was? Abgezeichnet durch Programmleiter EG. Okay, das finde ich jetzt... So, Delilahs Bericht nehmen wir auch mit. Alter 43, ja, das ist ja schön. Ein Jahr, okay. Beobachtete Eigenschaften zuverlässig, trotz Alkoholismus. Oh, aufmerksam. Charismatisch, eigennützig, verzerrte Warnung persönlicher Vergangenheit. Relevante beobachtete Tatsachen. War nie verheiratet. Keine Kinder. Gezelten wandern und verlässt ihre unmittelbare Umgebung kaum. Mehrere Affären trotz Langzeitbeziehung. Name J-Ware. Manipulierbarkeit 3. Abgezeichnet durch Programmleiter EG. Okay. Das ist ja echt, ich... Ich bin so wütend. Ich würde um mich schlagen, wenn das Spiel mir das erlauben würde. Das ist ja echt, also... Ich meine... Oh, guck mal. Ich schlag um mich. Moment, was war das? Wui! Ich... Du liebst Wyoming! Okay. Komm, die lassen wir da liegen. Und die Tasse nehmen wir. Und die... Just hoof it! Aha! Komm, ich werfe die dann nach draußen. So. Feldbett. Das ist ein kleiner Ofen. Was? Die Erdnussbutter? Büff! Die richtig gute Erdnussbutter, die heißt normal Ziff, oder? Na egal. So. Ich habe ein bisschen Angst. Ich bin mir nicht sicher, ob das... Ob die uns nicht immer... Ich glaube, die beobachten uns immer noch. Ich bin mir sicher, dass die uns immer noch beobachten. Moment. Ach, da haben wir jetzt diesen... Diesen Wellenempfänger. Okay. Ah, da müssten wir eigentlich da jetzt nach oben kommen. Ich finde das äußerst, ähm... Beunruhigend. Ne, da kommen wir nicht nach oben. Ich finde das äußerst beunruhigend, die ganze Sache. Kommen wir da durch? Ne, auch nicht. Wir werden da beobachten hier mit... Was haben wir da noch? Der Leiter. Wer hat denn da so einen Saustall gemacht? Ja, die Frage ist jetzt echt, ob die das wollten, dass wir das finden. Ob das jetzt Absicht war oder nicht. Hm. Auch wieder dieser Sender. Boah. Ja, ist echt... Also... Beängstigend. Stellt euch vor, ihr seid hier in so einer ruhigen Arbeit. Ja, ihr habt euch darauf eingestellt, dass ihr da wirklich eine ruhige Zeit habt. Und dann findet ihr raus, dass ihr beobachtet werdet und analysiert werdet und kategorisiert werdet. Dass das alles doch vielleicht wirklich nur ein Sozialexperiment ist. Was? Bin ich da richtig? Oh. Nö. Da geht's rüber. Wahrscheinlich passiert jetzt was Schlimmes, wenn ich hier über diese Brücke gehe, oder? Ich habe Angst. Hui. Ja, das war super. Wow. Okay. Wow. Super. Jetzt haben wir das kaputt gemacht. Oh. Was? Wieso brennt's hier? Äh... Henry? Ich glaube, es ist ein Schlauch, der aus dem Norden von Jonesy Lake kommt. Das ist schmerzhaft nahe, wo du gerade warst. Siehst du es? Ja, ich sehe es. Okay. Ja, ich sehe es. Was ist mit dir passiert? Es ist definitiv nicht die beste Idee. Es war nicht ich. Was machen wir? Ähm... Ja, komm, wir melden es. Wir kenne es einfach, wie irgendeinem Feuer. Und was ist, wer es begonnen hat? Was ist mit ihnen? Äh... Die Person, die es begonnen hat? Ja. Wir sprechen über Leute, die uns hier anschauen, die jetzt die Forrest und alles in uns verbraten. Ich... Ich... Ich weiß nicht, was damit zu tun. Except... Geh die Hölle raus. Ja. Geh die Hölle raus! Ich werde. Puh, das war jetzt... Äh... Irgendwer hat dann das Camp gleich angezündet. Das ging aber recht schnell. Aber witzig, dass auch hier der Übergang zusammenbricht, dass man ja nicht mehr zurückkommt. Ja. Tag 77. Ja, schön. Ich hätte mir meinen Sommer auch anders vorgestellt. Oh. Wellenempfänger. Der Wellenempfänger piepst. Moment. Der Wellenempfänger piepst. Der Wellenempfänger piepst. Der Wellenempfänger piepst. Wie ein Signal? Der wird... Ja, was könnte es sein? Ich weiß nicht. Du musst es finden. Okay, ich bin jetzt auf meinem Weg. Wissen, was ich gerade habe? Äh, nein. Ein V. von Major Bueno Tequila aus der Kriege. Ja, das ist nicht gut. Bist du trank? Nein. Ich bin trank. Äh, das ist... Ich weiß nicht, dass das, äh... Genau. Lass das. Ich weiß, ich weiß. Alles ist total verdammt. Aber... Du musst ein bisschen leben. Du musst ein Laos, Hank. Nein, nein. Du bist richtig, Dee. Ich kann nicht auf einen guten Grund, warum du nicht würdest, deine Entscheidung zu machen, jetzt zu verhindern. Meine Meinung ist, dass ich alle Nacht aufstehen würde, dass ich meine Arbeit verletzt werde, weil ich den Sightfire verletzt werde, oder... Ich kann nicht aufstehen. Und dass die Chips fallen wo sie können. Es ist nicht wie es gibt, dass wir da waren. Meine Meinung ist, dass ich diese Waffe verletzt werde. Oh, ich mag es, wenn du denkst. Ei, ei, ei. Ich werde dich alleine lassen, mit was diese Gedanken sind. die uns... ...zurechtgelegt haben. Wo ist meine... Wo ist meine Schildkröte? Was ist mit Schildi passiert? Mit dem kleinen Knops? Wo ist denn die wirklich? Wo ist die Schildkröte? Ich hab die doch immer ganz lieb ge... Sie haben meine Schildkröte geklaut. Gut. Jetzt reicht's. Oh, das brennt auch wieder ein bisschen mehr. So. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das Ding richtig... ...richtig navigieren. Ich kann auch ohne Karte das verwenden. Ist wahrscheinlich besser. Okay, wir müssen in diese Richtung. Ja. Ha, dieses Pieps macht halt ein bisschen nervös. Ne? Ja. So, ein Lauf. Schauen wir mal. Ich mein, die Richtung. Ja, könnte... Könnte stimmen, ne? Ja, doch. Hier ist auf jeden Fall richtig, oder? Moment, mal kurz die Karte angucken. Ach, zum Medizinrat. Okay. Moment. Wenn man da durchstimmt, da kamen wir ja letztens, glaube ich, nicht... Oh! Ah, ja! Ein Selzer... Wow! Eine Alarmanlage! Ach du Scheiße! Wow! Was war das jetzt? Hm. Warum war da eine Alarmanlage? Der Schlüssel zu... ...zu der Höhle! Oh, oh! 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 Was? 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 Es... ist nicht ich. Oh mein Gott, geh! Ich gehe! Oh mein Gott! Ja, wir müssen... ganz schnell wieder zum Wachtturm zurück. Aber... ...so viel Zeit muss sein in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen! Tschüss Leute! tschüss, tschüss.